und damit herzlich willkommen zurück zu Black Squad mit Dalu, Kabu, Sekundan und irgendein random, den ich gar nicht sehen kann und den X-Lehrer 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 X-Lehrer, ja genau und da-da-da wir spielen nochmal dieses wunderschöne Spiel was echt cool ist bis jetzt das Spiel ist echt super, ja ich find's auch cool der Snipert was? Ja ne der Snipert nicht ich hab jetzt ne Farmer, ne Vektor gerade in der Hand ich bin mal gespannt nein einer ist rechts außen bin mal gespannt wie die Vektor ist oh ja X-Lehrer, deckst du rechts? oh die Vektor ist Holla die Waldfee hat hier im Rückstoß die Vektor ist Holla die Waldfee alles klar rechts aber ich will noch zwei einer einer das Mikrofon kapuze umgestellt warum? kapuze mal laufen mit Tastatur und sowas echt? ja aber das hab ich bis eben nicht das hat gerade erst angefangen soll ich es, soll ich mich bissl runter stellen im Pegel? ne lass die oder wenns geht ein Mikro ein klein bisschen weg von der Tastatur jetzt neipe ich dann ok jetzt mal A ich geh wieder B ok ok mir ist das nicht zu sehen oh langsam langsam ach shit da sind noch zwei noch zwei Richtung A du hast die Bombe weggestrahlen aber so ein Mapablauf ist ganz cool du weißt du genau 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 das würde ich sagen manchmal spielt sich so eine Routine ein das finde ich echt cool ach du scheiße man muss ja neu ah fuck ok sniper in dem Spiel ist zu schnell mit der Maus aber man kann es ja einstellen Xeroz da hast du einen gesehen da noch shit es gibt keine schnelle Sniper also eine agile ja die anderen müssten beide angeschossen sein einer ist auf dem da oh oh schöner wir haben da nen Speck ok ok einer noch den letzten hab ich den letzten hab ich gut angeschossen ich muss woanders jetzt gehen der weiß wo ich bin links ist die Brücke läuft oh komm komm jooo duuuuun Dauerfeuer Abenteuer got him ja das bei dem Spiel funktioniert es so ein chance got him got him eigentlich find ich Vector echt schön von der Waffe vom Design her pfff Alex ich find die schön die hat so'n die ist wirklich schön die sieht so spacey aus die spacey ja weil die so so aussieht halt wie so eine Laserwaffe weißt du und meine Name hat getroffen also da ist einer ok abgeschnackt auf meine Name down genau da wollte ich auch hin das hatte ich auch vor ja dann geh ich jetzt hier runter schuss aua man kriegt Fall Damage ja rechts 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 den hab ich der hat mich auf 19 runter geschossen links ich glaub auch hab ich sehr gut sehr gut Alex jump shot aber so ein Reflay fehlt noch ein bisschen beim letzten Kill nur weil der jetzt mal gut war von dir weg doch mach das alles das war schon in Ordnung kann man schon lassen was ist eigentlich die Rüstung sieht so mega hässlich aus findest du warum gehst du find ich sehr gut eigentlich oder was ist das was man da noch auf dem Rücken trägt Rucksack damit man ja Rucksack genau das ist ein Rucksack ok das ist die Außenbrot drin man hätte nicht getroffen ein Kampf Ruckrack langer Gang 2 rechts um 6 einer ist links in der Tür wer ist denn das hier der Typ blockt mich lass mich hier hoch oh ich wurde weggesnipet oh man kann von der von A auf da ruch snipen Dalu ich bin kaputt so rechts ist noch einer Kundram pass auf da waren zwei vorhin ja da sind halt Sniper ne ich komme an die Bombe nicht an da jetzt aber ich sehe keinen müsste doch links sein jetzt ich habe Schritte gehört sind meine glaube ich ne ne achso das war Dalu da drüben Kundram pass auf ok Harin achso ok plantet ich glaube da ist noch einer drüben wenn ich das die Waffen von Dalu ist extrem lahmarschig ne ja ok oh nein ich habe ihm noch einen Diegel gegeben es kommt rein ist in meiner Ecke ja eine noch da lebt noch einer über euch ja ihr könnt durch Dropper wo ist der Dropper ne Dropperkanten sehe ich wenn er da hingeht ist da Dropper oder Hallo schau mal wie ist da Dropper ja da ist Dropper ja aber da kann er nicht herkommen extra abgewartet ob er runter springt ne ja ja er sah so aus als er geguckt hat ja das macht richtig krass obwohl ich meine Position noch nicht verraten ist ja lustig das ja nicht das schönste ja aber das ist richtig aber das macht gar nichts ja wir sind aber auch solche Ego-Shooter gewohnt ich finde sowas schön für nen Shooter ich finde das auch nicht hässlich aber das ist grafisch wenn du genau hier du hast die Textur ja aber ich finde das trotzdem so habe ich gespielt aber das ist das was der Alex meint das ist meine Zeit wo ich mit Shootern angefangen habe ja es ist natürlich heutzutage mehr möglich klar aber oh Gott an der Tür an der Tür immer noch an der Tür rechts direkt Alex rein raus und rechts aber er ist tot wahrscheinlich ich habe einen aber ich finde das der war oh fuck it da waren zwei ich gehe mal hier unten durch zwei stück waren da hinten noch ja zwei kommen hier oben über die Brücke eventuell ja wir sehen wie Kapuze gemestert wurde oder wurde gar nicht gemestert also aus Alex Sicht den Droppergang irgendwie gucken also oben der ist reingesprungen durchs Fenster ist drin und Kapuze hat mich nicht gedeckt ey ey was denn ich dachte was wir nicht tun sollen ist er der Typ ist nicht mal bei der Bombe oder wir haben verloren doch doch wo ist der Typ nicht er könnte wie lange dauert ist der Houston 50 kunden schau was er macht ja der weißt du nicht mal wohin wir haben nicht auf die Zeit geguckt wir hätten auf die Zeit gucken müssen wie lange es dauert wie heiß ich das mach ich was hat denn der für eine Waffe das dauert 5 Sekunden er schreibt ja sorry sorry hast du den Chat an Leera 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 er guckt mich an gerade hallo du hast dich ja rumbenannt damit dich keiner erkennt damit dich keiner erkennt also ich bin dir jetzt bekannt Linke Barrel den Namen kennt jeder und dann rennt voll schnell oh Gott der hat schon einer hochgepusht ja ja der pusht weiter hab ich einen davon das war nur noch einer ja ich glaube ja ich hab nur den einen ja das ist noch einer das ist noch ein zweiter der könnte links in der Ecke in der Mitte ist noch einer beim spawnen hinten bei denen hier ich glaub's ja nicht hast du es gesehen Kondrin ja Wahnsinn oder ja genau da war der einer da da hinten beim spawnen links okay ist drüber gelaufen Genau, der Alex, der hat mich gekillt, der Pinner. Ja, dem nützt auch die MP7, die ist gut. Das fühlt sich, dass die Bombe ein Touchpad hat. Das ist eine moderne. Ja, voll eine moderne Bombe. Der Slow, glaube ich. Oh, guter Boy, guter Boy. Der Spiel ist einfach ausgegangen. Boah, shit. Das hättest du sogar wieder nicht geschafft. Nein, ich hab's geschafft. Der Spiel hat grad einfach minimiert. Ich hab gar nicht gesehen, was passiert ist. Ja, kriegen wir noch hier, wir führen ja. Ich hab mir die Runde auch wieder ein bisschen hochgespricht. Ja. Wieso ist dein, ach so. Hä, warum ist denn sein, ach so, der wählt noch aus, deswegen ist der rot noch. Okay, verstehe. Kapuze, mach sie kaputt. Ich mach sie kaputt. Ich geh mir eben, wer ist das? Ruppmann. Ippmann. Oh, in der Mitte, ja rechts saß einer. Der saß neben der Smoked, der hat so eine CS-Smoke gemacht. Interessante Pose. Links ist einer. Da hinter, zwei in dem Gang hinter dir, da noch einer. Einer ist, oh der hat mir direkt nen Headshot gegeben. Oh shit. Nein. Oh nein. Die Handkanade. Die Handkanade. Oder was ist das? Einer war auf A. Ich würd sagen, wir waren beide. Ne, einen hab ich davon gehabt. Jetzt geradezu, irgendwo da ist einer. Wahrscheinlich links. Ah, da so. Warte mal, der kommt kurz zu sehen. Bin mir nicht sicher. Im Haus. Hier von außen. Wie viel Leben noch? Drei. Vorsichtig, du guck das gleich. Geh da rein, guck ob da was drin ist. Echt. Über dir. Die MP7 ist stark. Dem Marken auf jeden Fall. Die hat auf jeden Fall ne höhere Vorraten. Ne, ich. Seitenwechsel. Seitenwechsel. Die Genossen. Waiting for other players. Acht Probleme. Alex, schreng dich an. Anstreng mich an. Alex, zeig was du kannst. Ben, drücke mich. Einer ist durch, einer ist durch. Zwei sind durch. Drei, vier gehen alle. Wollen sind jetzt vier oder fünf. Wohin gehen die dann? Wo kommen die hin? Zu unserem Spot hier. B. Langer Gang. Da sind, in dem Haus ist Party. Oma, Verbrücke jetzt. Ich bin schon tot. Das sind echt viele. Geht's alle darüber. Pannganade? Ja, die wollen B. Okay. Oh, Kundran neben dir ist auch schon einer. Durch den Mittelgang. Durch den Mittelgang. Ah, der Unterhiebmann. Na gut, Chi Chi. Okay, okay. Die laufen zusammen. Anstatt dass du einfach nur sagst neben dir. Oh, Kundran neben dir ist auch schon einer. Ich habe auf den geschossen. Ich habe ja noch im Kampf das gesagt. Mann, gib den Silence auf. Das ist krass. Jetzt ist es serious. Gut, okay. Er hat quasi diese Haube aus, abgesetzt, wie auf der Evo der Typ. Und dann ist der erste Gegner. Da hat er ihn toll. Und Ippmann, Ippmann ist, er ist heiß. Er schaut halt nicht nach rechts auf. Er tut mir warum gar keine Ecken an. Richtig. Muss man nicht. Die Bomben stehen halt, Leute. Das ist mein Target. Alles andere ist neben sich. Ich bekomme sie wieder nach drüben. Tut mir den Blick auf die Bombe, ja. Die Bombe. Ja, das ist aber eigentlich gut mit dem Ansagen. Oh, man darf nicht wie den CS in die Waffen wechseln, wenn man den Schalter einfach raufzieht. Eins, zwei, zwei, drei. Oh, das war der dritte. Aber zwei sind durch. Xlera. Ja, zwei haben mich gekillt. Ja. Drei Leute, drei sind durch. Drei sind durch, ja. Vor allem, mit der Information anhand, dass ich weiß, dass sie da sind, sollte ich eigentlich imstande sein, die zu töten. Aber der Ippmann ist halt ein Sniper. Wir wissen halt nicht, ob die schon vielleicht acht Stunden, äh, acht Stunden, 80 Stunden gespielt haben, ne? Wow, Dalu, du hast echt aufgeholt. Da war er aber. Da war ein paar Kunden dran. Hier ist keiner. Hä? Muss ich nicht hin? Ich hab auch noch mal einen gekillt gerade. Na gut, ist ja nur noch einer, ne? Ich wundere gerade was nachladen gehört, oder? So, da links über mir. Hm. AfK? Ne, ne. Im Chat geschrieben. Ja. Was hat er vor? Es waren auch nur drei von uns. Er hat noch 50, okay, mal gucken. Planted auf den. Er hat sogar gefakt. Echt hat er? Ja, ich hab's gehört. Oder er hat's abgebrochen, als er mich gehört hat. Das kann natürlich auch sein. So ist es nicht, aber... Er hat ja sehr taktisch gespielt, also er war langsam. Er hat auf jeden Fall auf mich geschossen. Vielleicht kann man während der Splendons direkt schießen. Weißt du, was ich meine? Ja, ne? Würde. Achso. Dass du einfach links weg machen kannst und schießt dann automatisch, weißt du? Einer nur bei uns. Einer, ein einziger. Kona, du kriegst gleich Company. Hallo, ich snappe da mal lang. Und du dann oben bitte. Bei mir ist ne Smoke. Da ist einer Drone. Er hat's gut kassiert. Ein Deagle-Hit und einmal von dir. Wir könnten über unseren Spawn gehen. Vorsicht. Könnten über unseren Spawn. Bei uns kann alles nicht über mir sein. Wunder, 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 wunder. Hat mich. Ab ihn. Sorry. Oh, sowas hasse ich ja. Obwohl wir den E-Man haben, obwohl die Gegner haben auch einen, der nicht ganz so stark ist. Ja. Obwohl, 7-1-7. Ne, ich sehe immer diese C-4 davor. Oh, es geht weiter. Weißt du nicht, was mein Schalldämpfer so wirklich bringt, wenn ich ehrlich bin? Ja, ich habe mich gelassen. Dallu, sag an. Oh, durch die Smoke. Oh, durch die Smoke. Da hat er nicht. Noch einen durch den Rauch gehittet. Oh, durch die Tür. Durch den Rauch. Er kommt Strike. Nein. Einer ist, ja, mein Spot außen, aber noch ganz weit hinten. Da war ich zu aggressiv. Wo wurde ich jetzt beschossen? Wo kommt das Kaputze? Boah. Äh, links, um 6. Da war der. Hier, du müsstest ihn sehen von da, ja. Rechts, rechts. Oh. Die Blenden auf A. Äh, auf B. Hat mich. Alex. Okay. B. Hoffe ich. Ja, ja. Ich habe es auch gehört. Hast du ihn halt immer noch ges... Bin gekillt eigentlich? Oder nicht mehr? Da hinten ist er. Lalalalalala. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Fertig. Schön. Leute, man kann ich jetzt Display kaputt machen. Von der Bombe. Echt? Dann kannst du nicht mehr entschärfen. Wenn du mit dem Messer rauf haust. Nein. Dann kannst du echt nicht mehr entschärfen. Das ist ja lustig. Das ist ja OP. Ja, das... Weiß man doch. Wir müssen doch nicht viele. Weiß nur ich jetzt. Das ist so doof. Wirklich. Ich hasse euch alle. Jetzt echt gedacht sowieso. Oh, keiner hat durchgecrossed? Wir könnten alle A kommen. Verschieb direkt mal. Ja, hier ist was. Ja. Ah. Was ist das? Der Smoke? Irgendwas habe ich getroffen. Schön, der Eggman. Oh, über mir. Dropper, 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 dropper. Kommt jetzt rein mit der Bombe. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Loll. Die Leiche, der durchfällt. Die Leiche. Auf die Leiche geschossen. Mir fällt einfach so eine Leiche durch den Dropper. Das war's. Ich hab dich gekillt. Stimmt. Das war's ja schon wieder mit Black Sport. Ich hoffe echt, euch hat's gefallen. Ja. Also. Macht echt Spaß. Das macht schon Spaß, ja. Ihr könnt einfach mal die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Wie es ihr so findet vom Zugucken und wenn nicht, testet es selber. Macht's. Na gut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tja. Tjas.